ja moin sind zusammen und herzlich willkommen zu meinem ersten unboxing video was ja es geht los ich habe mir mal sowas gegönnert von woodbox und ja ich habe schon ein bisschen was vorbereitet hier meine pinke geile schere von meiner freundin natürlich ist ja logisch als ob ich eine pinke schere hätte ich bin noch ein bisschen heiser ich hatte gestern eine hochzeit und also ich nicht aber ich war auf einer und ja wir gucken mal was wir hier so schönes bekommen haben so ich halte mal rüber da ist so woodbox schön noch mal drauf geschrieben an sich ein schlichter also von von material her schlichter karton ansonsten ist alles drauf ist es überall ja ich sag mal so bemalt skins drauf ne und ich habe es noch nicht aufgemacht definitiv nicht das war so aus dem karton raus ich habe keine ahnung wie die dinge aussehen von innen von daher machen wir es gemeinsam auf ich hoffe ich hoffe das passt so ihr könnt alles erkennen und ich mach mal auf jetzt habe ich hier schon ohne dass ich meine sachen benutzen musste da hängt es so zeigt euch das mal hier ein blick rein so ja und dann packen was meine seite dann hole ich mal alles raus was wir hier so drin haben okay wir haben ein magazin ich glaube es besser für euch so zu gucken oder ja gut magazin ich glaube so werbe magazin oder wahrscheinlich für die nächsten sachen oder hier von leuten die eine bootbox gekriegt haben geil kommst du ins magazin rein das cool okay ich werde mir das nachher mal in alles in ruhe durch lesen durch gucken was man hier so machen kann und drag boah set ja merchandising sachen ein switch okay ich muss das alles mal durchlesen dann später und ansonsten gucke ich mal was das halt alles gibt dann ist das hier zum beispiel das was wir heute hier drin haben ich sehe auf jeden fall schon eine box davon von den figuren ist das der alter ja nice richtig geil wir gucken mal wir gucken mal wir machen das wir legen das jetzt mal eine seite sondern nicht das was irgendwas passiert und gucken mal auf das t-shirt würde ich mal so sagen dass ich glaube das steht ja alles drin in dem buch das ist hier das sonic t-shirt sonic search ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen ich mach mal ich mach ich mach mal hier so nice oder so guckt mal an okay ich weiß nie der große sega spieler und sonic auch nicht so großartig aber es fühlt sich gut an ja okay hier die größte dürfte nicht sehen nein ist mir doch egal ist ein riesen t-shirt guckte das sieht er ja nicht ich habe meine kamera führung ja wir sind die besten aber ansonsten geiles teil okay cool so packen wir mal weg das riecht noch nach neu so erstmal weggepackt gut was haben wir noch ja ich bin jetzt nicht der größte fan ich habe keine ahnung was das ist wisst ihr das ich brauche meinen boot box menü hier oh gott keine ahnung haben wir hier noch irgendwas magnet okay das magnet der tor jetzt habe ich nicht nice alter wir sind magnetisch alter nice okay ich habe magneten bad erst mal eine seite gelegt sie ist ja gar nicht so schlecht hier betriebsanleitung für die box gut was haben wir noch game of thrones wie geil ist das denn zwei kurze gläser alter nice ich zeige euch das mal hoch richtig gut oder die gefallen mir kurze shots alter nice geil ich glaube die werden wir mal austesten am wochenende noch wo er diesen groß ich guck mal ich mach mal ich mach mal auf ich bin ja nicht so manchmal auf die können wir nicht rausholen sind noch verpackt die sind noch mal verpackt okay wir lassen es mal ich zeige es noch mal von innen und ja mal gucken was wir damit machen ob ich da noch mal schön ein raus trinke so einmal noch mal für die kamera wird es schön okay so gehen wir mal weiter jetzt kommt das ding alter ich hoffe das wird richtig geil super sergeant gott goku ist das geil ist ja cool ist ja knuffig einer finde ich ja richtig geil ich zeige ich dir noch mal von nah an kameraführung ihr wisst bescheid so also im hintergrund ww ist an alter natürlich muss ww laufen super cool nein finde ich echt cool die wird auf jeden fall einen schönen platz kriegen bei mir nice alter wie er da steht ich hoffe ich werde auch bei synchron stimme von goku gut was aber zum schluss ich glaube das ist das schluss ne nice bild 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 mal gucken ob wir hier noch mal ein paar infos rausschlagen können von dem bild zeigt euch das mal hier ein bisschen nah kleines bild kann ich meine eigene deko hier hängen alter nicht nur ein paar lego figuren und sowas aufbauen nein ich habe eine deko mann ist ja geil eine freundin drum hinein so gucken wir mal ob wir das aus irgendeinem gemälde dieses gemälde verewigt den zusammenstoß zwischen einem legendären helden mit bloßen was mit blonden haaren was der für euch blonde haare oder ist das das meist fällt im hintergrund ich weiß ja nicht ganz in grün gekleidet und seinen neuen freund ok dem furchterregenden wächter setzt ihr euch für die wiedergewinnung vom goldenen zeitalter des königreichs ein oder für seine zerstörung heftig ok cool so da ist die box dann alle da da aber von innen gezeigt ok für meine erste boot box habe ich ja schon abgesagt allein schon den super gott goku hier finde ich ja richtig geil allein davon hat sich schon gelohnt finde ich persönlich aber man muss abwarten ich habe ich habe die nächsten zwei monate noch bestellt und ich bin gespannt was da auf mich wartet und ja ansonsten kann ich euch nur sagen es lohnt sich muss nicht für jeden nicht nur muss man wissen was man macht auch ich konnte mir da zum beispiel aussuchen dass ich jetzt diese box als erstes kriege als ich gesehen habe dass das irgendwas vielleicht mit dragon ball mit link also von zelda was bei sein könnte was mich definitiv interessiert hat deswegen habe ich jetzt bestellt habe gleich gesagt okay testen was mal aus was den nächsten zwei monaten noch da auf mich zukommt jeden monat kündbar ich will da jetzt keine werbung machen ich will euch nur informieren falls ihr mehr sehen möchte ich verlinke euch mal gut box seite und könnt ihr selber mal gucken würde ich mal sagen nein ich finde es cool und von daher bin ich jetzt erstmal ich hab alles und dann danke ich euch fürs zuschauen für der erste boot box boot box wollte ich schon sagen wir sind ja nicht bei ww boot box und macht es gut bis bald